Es ist wieder Zeit für einen kleinen Rückblick. Dieses Mal schauen wir uns den LG G2 EVO OLED nochmals nach vier Monaten an. Ganz traditionell möchte ich euch nun einen kleinen Erfahrungsbericht nach diesen vier Monaten zukommen lassen. Bin ich noch der gleichen Meinung wie damals oder haben sich meine Ansichten vielleicht verändert? Diese Fragen stellen das Kernelement dieses Videos da und somit grüße ich euch zu einem neuen Tech Opinion Video. Wie der sehr große Teil meiner Videos ist auch dieses Video hier komplett selbst finanziert und da habe ich eine kleine Bitte an euch. Und zwar würde es mich freuen, wenn ihr diesem Video einen Daumen nach oben geben würdet und einen kleinen oder großen Kommentar hinterlasst. Es ist absolut kostenlos und unterstützt meinen Kanal ungeahnt, so dass auch in Zukunft solche Videos wie dieses hier realisiert werden können. Ich danke euch auf jeden Fall für eure Unterstützung. Bei diesem Video handelt es sich um ein Ergänzungsvideo zum großen Review Video. Das Review Video habe ich euch oben in der Infobox verlinkt. Der G2 EVO stellt die Highend Klasse der LG OLED TV aus 2022 dar. Genauso wie der G1 aus 2021 zeigt LG mit dem G2, was bei ihnen b-technisch dieses Jahr alles so geht. Mit dem neuen EVO OLED Panel mit EX Technik und dem Brightness Booster Max liefert der G2 Helligkeitswerte wie noch kein LG OLED TV vorher. Aber auch Dinge wie 4K 120Hz, HDR10, Dolby Vision, VRR, FreeSync Premium Pro, G-Sync 4x HDMI 2.1 und Dolby Vision Precision Line Ring positionieren den G2 ganz weit oben. In meinem Review Video haben wir festgestellt, dass der G2 EVO sehr dicht an AGs G1 EVO 2021 ansetzt, diesen aber in den entscheidenden Punkten sinnvoll aussticht. Aber auch die Near Black Performance hat mich in meinem Review Video sehr positiv überrascht und lässt hier den direkten Vorgänger den G1 komplett hinter sich. Vor allem mit dem neuen Firmware-Update 03.20.24, welches wir vor kurzem hier auf meinem Kanal sehr ausführlich analysiert haben, das Video verlinke ich euch mal oben in der Infobox, hat LG entscheidende Verbesserungen implementiert, welche die Kluft zum G1 nun deutlicher macht. Insbesondere die Einführung des Dolby Vision Precision Renderings, welches nun die effizientere Rechenleistung des Alpha 9 Gen 5 Chips ausnutzt, zeigt erst, dass im G2 noch mehr Potential steckt, als in meinem Review Video erst angenommen. Dolby Vision Precision Rendering liefert eine deutlich detailreiche und kontrastreiche Dolby Vision Darstellung, welche insbesondere hell im Bildbereichen gut zur Geltung kommt. Hauttexturen, Haare, Wolken, Blattwerk, alles wirkt plastischer und realistischer. Dolby Vision Precision Rendering ist eine Technik, welche der TV können muss und ist natürlich nur auf Dolby Vision Inhalte anwendbar. Insbesondere im Kino Home-Bildmodus zeigt der G2, dass bei ihm noch lange nicht Ende ist. Dies gepaart mit seiner sehr hohen Spitzenerlichkeit liefert er aktuell das beste Dolby Vision Bild am Markt. Weiter haben wir festgestellt, dass AGs neues Dynamic Tor Mapping Pro in Kombination mit dem neuen Brightness Booster Max der HDR-Darstellung ordentlich Beine gemacht hat. Mit seiner Spitzenerlichkeit von gut 1000 Nits ist der G2 sowieso schon der hellste WRGB OLED TV am Markt. Dank des Dynamic Tor Mapping Pro schafft er aber die optische Illusion, dass die Spitzenerlichkeit eher bei gut 1500 Nits zu sehen ist. In meinem Tor Mapping Test haben wir damals festgestellt, dass er auch bei HDR-Inhalten mit 1500 Nits Leuchtdichte klare Details abbildet und hier seinen Vorgänger, den G1, aber auch Samsungs S95P QD OLED entspannt hinter sich lässt. Und dabei ist alles eine Schummelei der Software. Das beeindruckt mich weiterhin sehr gut. Hierbei muss aber fairerweise gesagt werden, dass der G1 ein Firmware-Update erhalten hat, welches das Dynamic Tor Mapping auf ein ähnliches Level gebracht hat. Nicht gleich gut, aber sehr nah dran. Das nenne ich auf jeden Fall eine kundenorientierte Softwarepflege. Auf Seiten der Farbdarstellung hat der G2 in meinem Review-Video auch eine ordentliche Figur abgeliefert, wobei der sehr auffallende Grünstich mich hier etwas verstimmt hatte. Diesen hat LG, zumindest rein optisch, nur mit dem Firmware-Update 03.20.24 auch beseitigt. Der Grünanteil, welcher auch durchaus vom Panel abhängig ist, ist weiterhin messbar, aber dank eines Anhebens des Rotanteils in den hellen Bildbereichen konnte der Grünanteil optisch abgemildert werden. Nicht perfekt, aber der Schritt in die richtige Richtung. Ebenfalls eher ernüchtert war ich in meinem Review-Video, dass der Auto Brightness Limiter sehr starke Defizite aufweist und den sonst sehr guten Helligkeitswerk des G2 hier etwas dämpft. Leider hat LG dies bisher nicht in den Griff bekommen, auch nicht mit dem brandneuen Firmware-Update. Weiterhin duckelt der G2 das Bild bei einem Gesamtlichtanteil von 30% um gut 50% ab. Mit dem neuen Firmware-Update ist jener Wert tatsächlich noch etwas schlechter geworden, es sind inzwischen eher gut 65%. Das ist enorm und geht schleunigst behoben, wenn LG mit dem G2 weiter oben mitspielen möchte. Gleiches gilt auch für das VR-Gamma-Problem. Ähnliche Situation, wobei jenes auf einen Hardware-Fehler zurückzuführen ist, welcher Hersteller als auch Display-Technik übergreifend ist und mit dem HDMI 2.1-Controller zusammenhängt. Ein Umständ, welcher sich softwareseitig nicht weiter in den Griff kriegen lässt. Immerhin erinnert LG mit dem Spieloptimierer und dessen Schwarz-Stabilisator als auf Feineinstellungen der dunklen Bereiche ein nützliches Tool zur Verfügung gestellt, womit sich das Problem wenigstens etwas unsichtbar machen lässt. Dafür haben wir mit dem letzten Firmware-Update eine noch mal bessere Near-Black-Darstellung erhalten. Diese operiert nun im Grenzbereich zum perfekten Schwarz und erhöht das Kontrastverhältnis des G2s nochmals deutlich. Ehrlich gesagt hätte ich dies nicht gedacht, besser geht es wohl kaum und ist eine reine Referenz. Achja, falls ihr Bildeinstellungen für den G2 sucht, habe ich euch mein Bildeinstellungsvideo oben in der Infobox verlinkt. Bevor wir zum Fazit kommen, möchte ich ganz kurz noch das Thema Gaming ansprechen. Der AG G2 ist wie gemacht fürs Gaming, sei es nun mit der Xbox Series X, Playstation 5 oder eben dem klassischen Gaming-PC. Aber vor allem im Zusammenspiel mit der Xbox Series X und dem Support für Dolby Vision Gaming bei 120Hz ist der G2 echt eine Wucht. Dolby Vision Gaming wird aus meiner Sicht viel zu sehr unterschätzt. Im Vergleich zum HDR Gaming liefert es, vor allem bei optimierten Spielen einen deutlichen Mehrwert, was die Farbpräzision, aber auch den Kontrast angeht. Und sind wir mal ehrlich, OLED lebt von dem Kontrast und keine TV-Technologie schafft Dolby Vision so perfekt abzubilden wie OLED. Klar, auch HDR Gaming ist phänomenal und haut mich regelmäßig vom Hocker. Bei Dolby Vision Gaming habe ich nur öfters diesen Aha oder Wow-Effekt, der mich immer wieder fasziniert. Ich mein Samsungs QN95B Mini-LED-TV hat mir erst letztens bewiesen, dass bei HDR Gaming sehr viel geht und er liefert auch wirklich ab. Aber wenn es um die Präzision von Farben geht oder einem pfeilschnellen Panel, da kommt weiterhin nix gegen LG OLEDs an, das ist ein Fakt. Fazit Okay, fassen wir zusammen. Der LG G2 EVO OLED ist nun nach vier Monaten mehr als die Summe seiner Teile. Dank etlicher Firmware-Updates konnte LG noch mehr an Qualität aus dem G2 herausholen und vor allem mit der Implementierung des Dolby Vision Precision Rendering zeigt, wozu der G2 in der Lage ist. Aber auch die nochmals verbesserte Near Black Darstellung zeigt, dass da mehr Potenzial ist als zuerst angenommen. Dies gepaart mit einer sehr guten Spitzenerlichkeit, der inzwischen noch besseren Farbdarstellung und der Ausstattung macht dies den G2 zum Highlight am TV-Himmel 2022. Schade finde ich nur, dass Probleme wie das VR-Gamma-Flimmern oder auch der miserable Auto-Brightness-Limiter weiterhin bestehen. Vor allem der inzwischen noch etwas schlechtere Auto-Brightness-Limiter macht mir hier echt Sorgen und bedarf einer schnellen Korrektur. Etwas zuversichtlich bin ich da aber, erst letztens hat AG beim C1 und G1 den Auto-Brightness-Limiter deutlich optimiert. Hoffnung besteht, dass in der Zukunft das Problem mit dem Auto-Brightness-Limiter noch angegangen wird. Unter dem Strich ist der AG G2 EVO OLED für einen Straßenpreis von gut 1.700 Euro in 55 Zoll der beste WRGB OLED-TV am Markt. Die Konkurrenz verlangt hier für schlechteres gut 200 bis 300 Euro mehr oder marginal besseres gut 1.300 Euro mehr und sind wir mal ehrlich, das steht in keinem Verhältnis. Nirgends bekommen wir für gut 1.700 Euro eine derartige Ausstattung, Verarbeitungsqualität und referenzverdächtige Bildqualität wie hier beim G2. Dementsprechend spreche ich erneut eine klare Kaufempfehlung für den G2 aus und korrigiere meine Wertung etwas weiter nach oben, trotz des schlechteren Auto-Brightness-Limiters. Double Vision Precision Rendering, der inzwischen noch bessere Near-Black Bereich und der ausgebesserte Grünstich überwiegen hier. Und nun seid ihr an der Reihe. Wie ist eure Meinung zum AG G2? Für welchen TV habt ihr euch entschieden und warum? Schreibt mir diesmal unten in die Kommentare, ich bin schon sehr gespannt, was ihr so zu berichten habt. Ja und mit diesen Worten möchte ich nun mein Opinion-Video zum AG G2 EVO OLED TV abschließen. Wenn ihr Fragen habt, dann zögert nicht und schreibt diese in den Kommentarbereich. Wenn ihr euch dieses Video gefallen hat und je mehr solcher Videos sehen wollt, dann lasst gerne ein kostenloses Abo da und vergesst nicht die Glocke zu aktivieren. In diesem Sinne würde ich sagen, ich wünsche euch noch eine schöne OLED-Zeit und wir hören und sehen uns im nächsten Video wieder. Macht es gut!